hallo leute ja wir sind hier im lager ich habe ein bisschen was weggeräumt habe noch holz geholt edelholz das braucht man ja um das portal zu bauen wir haben hier im fenpentierer da ist auch was drin da können wir was rausholen und dann werden wir jetzt wahrscheinlich köstliches med haben das können wir dann auf dem weg auf die reise zum portal beziehungsweise zu dem lager bauen wo das dann ist und da schauen wir dann dass wir das bett da mit dem portal bauen damit wir da oben schneller hinreißen können ihr schauts logo und ich werde dann hoch rennen und ich denke mal dass wir dann nachher dass da oben wieder weitermachen so nass ist es natürlich so karte kann man es da oben aber hier oben muss unser bett irgendwo seine ja dann haben wir hier ein paar jetzt kaputt zu machen hier ist aber kein kupfer oder aber hier sind kluämpchen keine ahnung ob das tüämpchen gut ist ist das hier kupfer oder nicht da steht auf jeden fall was dran ist der urte registrierte ort ok geht das ist aber da schauen wir was der tun uns hier bringt das fast kann man nicht nutzen hocker benutzen er ist ja cool ne man hier rein hier was nettes noch gibt aber es sieht nicht so aus vielleicht wäre ein dach da oben da wird nichts drauf sein gut machen wir zu damit keine überraschung gibt wenn wir da mal reingehen müssten schön wäre es gewesen wenn wir da rüber geflogen wären ich habe doch schon wieder irgendwo ein geräusch gehört oder ja wir müssen erstmal gucken dass wir unser zu hause finden ah da ist ein ding ins ein kreaturen bauer der mit den roten augen ist ein bisschen zu gut ne muss erstmal das ding kaputt machen hier sonst kommen da ja immer mehr ne wir haben wieder keine ausdauer ne aber hier unten nicht unser lager da vorne ist es doch oder oh der rote kommt auch noch mit die hatten ja angst vor feuer ne den haben wir schon mal und den anderen hier haben wir jetzt auch so jetzt ist Ruhe Fackel aus brauchen wir jetzt nicht mehr so jetzt müssen wir nur unser häuschen gerade sehen wo war das denn da hinten das wurde gar nicht mehr angezeigt ne auf der karte und haben wir hier eine truhe schönes dran ja auf jeden fall haben wir hier jetzt nichts was war jetzt müssten wir mal den hammer rausholen und dann das portal bauen ne wunderbar ne und jetzt kann ich da reingehen und wo komme ich raus ich hoffe auf ein lager ne und ich hoffe ich kann auch zurück gehen ins lager beziehungsweise hier wieder hinkommen doch sieht so aus als ob es gut funktioniert das war mein ziel ja so das ist jetzt schnell reisen sozusagen das haben wir jetzt schon geschafft so irgendwie was er nicht mitnehmen konnte war metall ne schwimmt hier alles im wassertraum kann ich wohl nicht abbauen ne oder will ich auch nicht abbauen so das bedeutet wir können erstmal diese sachen noch wegbringen hier oder oder wir ja komm geht da durch bringen wir es ins lager ab in die kisten damit steine arz holz haben wir dann noch das auge das war hier ne oder die augen ne gut das haben wir hier mal gesunden mäd haben wir da den hätten wir eben natürlich ja warte mal dann sollten wir das vielleicht mal anders machen den gesunden mäd sollten wir mal vielleicht hier oben hin machen dann können wir nämlich acht drücken und dann wird da eine portion genommen ne das würde vielleicht sinn machen ne gut nochmal rucksack ach da sind noch ein paar sachen drin äh waren die kochzutaten hier ja das kann man dann da rein tun und jetzt haben wir nur noch diese sachen für den wald ich glaube das war hier oder ne uralter Samen das ist drinnen war das hier den packen wir doch dann da rein gut dann gehen wir wieder hoch und jetzt schneller neuerdings besser ist das wie sieht das denn auf der karte aus sieht man da jetzt ein portal ne sieht man nicht naja kurz einmal in die Truhe geschaut hier sind noch solche sachen aber ich glaube die brauchen wir jetzt nicht wirklich ne ah da ist ein feuer und das ist nicht an und kein brennmaterial aber hier ist bestimmt brennmaterial genau so ist es das ist kein holz habe ich das nicht gerade genommen hier das aber vielleicht ist das falsche holz kernholz da muss wahrscheinlich das normale holz sein aber das braucht auch gar nicht momentan brennen macht ja keinen sinn ne so jetzt gehen wir mal an der küste ein bisschen weiter lang noch und hoffen dass wir dann irgendwo beim uralten vorbeikommen aufheben würde ich jetzt hier nichts und wir haben noch was zu essen nicht genommen köstlicher Mähd ja ich glaube das lassen wir mal so passt's ja Zinn ist hier ganz viel ne wenn Kupfer so viel wäre wie Zinn dann wäre es gut ach guck mal das Ding ist schon wieder da das ist nicht gut wenn er immer wieder da ist oder war das an einer anderen Stelle kann auch sein ne ich glaube der war an einer anderen Stelle oder? uns geht es erstmal noch gut wir gehen weiter ich dachte das wäre etwas besonderes hier aber war es nicht hier ist kein Kupfer da links wackelt da etwas besonderes? nein da hinten ist noch so ein Ding oder spawnt das immer wieder wenn ich hier durchs Tor gehe das könnte natürlich auch noch sein ne Kupfer 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 ist das da auch noch Kupfer? ne aber das sollten wir hier markieren irgendwo ist einer sind die jetzt von da oben gekommen? von dem Tal da? komm schnell auf die Karte reingezoomt ja komm hat keinen Sinn wir gehen da hoch und machen das da weg da ist schon wieder einer mit roten Augen ne den kriege ich irgendwie nicht so doll hin dann und hier laufen wir schnell weg hier das muss ich drücken die acht habe ich jetzt genug Vorrat gekriegt oder nicht? das geht ganz schnell hoch jetzt ok warum ist immer meine Ausdauer so niedrig? ich glaube ich muss mal schnell die acht drücken ne? ich kann gerade nichts zu mir nehmen na sag nicht jetzt muss ich hier so eine Regenerationsphase durch machen das wäre ja richtig doof oder? oh alter hier ist nochmal Kupfer ne den brauche ich jetzt auch nicht na super jetzt werden wir hier nur irgendwo hängen ich muss mich so regenerieren das ist na so ganz toll ne? sind die da irgendwo hängen geblieben? sind die weg? ok gut runter gefallen sind sie nicht ne? dann zeigen wir gerade die Karte wir müssen ein bisschen raus die uralte ist da aber ich würde noch nach da warten da hinten ist auch was oh nein da ist schon wieder so ein Ding oder was? ich könnte was zu essen vertragen also da hinten war gerade wieder so ein Teil habe ich doch gerade gesehen oder? da oben da oben wo komme ich denn da rein irgendwo? hier ist nochmal ein Kupfer vorkommen hier ist nochmal ein Kupfer vorkommen da am Turm kann ich hier rüber springen hat nicht geklappt hier ist noch nicht kaputt jetzt aber das waren nur zwei Wachen oder? und es ist schon wieder dunkel komme ich die Treppe hoch oder komme ich sie nicht hoch? doch komme ich hoch das ist hier auch was? ich glaube nicht ne? ne geht noch höher und da oben ist noch was leider nix gut ich würde sagen wir können dann erst einen Cut machen ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein Abo habt macht eins falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an kriegt damit wer ich das nächste Video hochlade gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann ciao ein Untertitelung des ZDF, 2020